Hi, ich bin Valerie Rümke, duale Studentin in der LVR Universitätsklinik Essen. Hört sich trocken an, ist es aber gar nicht. Die Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen gleichzeitig mit dem Studium zum Healthcare Management Bachelor bietet die Möglichkeit, das Gesundheitswesen aus vielen möglichen Blinkwinkeln kennenzulernen. Man sitzt tatsächlich nicht den ganzen Tag am Schreibtisch. Es ist wirklich so, dass man viel mit Patienten arbeiten kann, wenn man das auch möchte. Man kann seine individuellen Stärken einbringen und auch sagen, welche Interessen man hat. Dann zum Beispiel auch mal eine Hospitation auf der Station machen oder drei bis vier Monate in einer Ambulanz tätig sein, wo man wirklich am Patientenempfang sitzt und alles mitbekommt, was im Hause passiert. Eine beispielhafte Woche in meiner Ausbildung sieht so aus, dass ich zwei Tage in der Uni bin und drei Tage die Woche hier im Betrieb, je nachdem, in welcher Abteilung man dann eingesetzt wird. Das heißt, es ist im Teilzeitmodell und nicht auf Blockweise und man hat immer diese schöne Abwechslung und jeden Tag gibt es was anderes zu tun. Durch die vielen verschiedenen Einsätze in allen möglichen Abteilungen und Bereichen ist man danach super ausgebildet, um in allen anderen Abteilungen später auch tätig zu sein. Im Studium lernen wir viele Dinge aus Bereichen wie Medizin, auch von Medizinern unterrichtet, BWL, VWL und auch Dinge wie Personalführung, die uns eben qualifizieren, auch in Führungsbereichen später tätig zu werden. Ich finde das duale Studium total super, weil man sich nicht nur Zeit spart, indem man das Ganze komprimierter macht, sondern direkt nach der Ausbildung und nach dem Studium startklar ist für die Karriere. Was mir hier beim LVR besonders wichtig ist, ist die Unterstützung, die man erhält. Klar, Studium und Ausbildung ist einfach auch manchmal herausfordernd, aber hier im Hause ein Team zu haben, das einen auch immer unterstützt und bei Fragen auch zur Seite steht, ist das, was hier im Haus das wirklich ausmacht.